Du, 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 du. Wen haben wir denn jetzt hier gefunden? Franzis Servini. Und was machen Sie hier? Ich bin Fahrer für den Jazzfest. Schon lange? Seit 21 Jahren. Und wie wird man Fahrer vom Jazzfest? Ich kenne der Ino Van Hasselt, er ist ein alter Freund. und irgendwann habe ich ihn gefragt, ob er Platz hat und es hat geklappt und seit dann bin ich dabei. Was macht man genau? Man fährt, man fährt, man ist bereit zu fahren, die Leute abholen zum Flugabend, zum Hotel, zum Soundcheck, wo die hinwohnen und dann alles wieder zu work. Und wen lernt man so kennen? Oh, viele Leute, viele Leute. Ich habe alles gefahren. George Shering habe ich gefahren, Taj Mahal habe ich gefahren, Dizzy Gillespie, Wynton Marsalis und viele, Lionel Hanson, Herbie Hancock. Sind Sie selber Jazz-Fan? Nein. War keine Einstellungsvoraussetzung? Nein, nur im Vorschein. War keine Einstellungsvoraussetzung.